Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji und willkommen hier zurück auf NoHandGaming. Ihr seid immer wieder hier gelandet, wo es FIFA-Content gibt. Hi! Wir haben in den letzten Tagen wirklich so geile Streams gehabt und da möchte ich... Perfekt, der Gott. Das ist ein bisschen hoch und vorgelegt. Ich will euch nicht das Beste von den Besten vorenthalten und hoffe, dass ihr in der Zukunft auch mal einschaltet in den Streams. Wir haben sehr viel Spaß. Checkt gerne ab, der Link ist in der Beschreibung. Folgt mir gerne auf YouTube, wenn ihr hier neu seid und die Best-Obs immer sehen wollt, Freunde. Hier kommt immer was online und auch anderer Scheiß. Morgen kommt ein geiles Video und übermorgen kommt ein geiles Video. Wenn es so FIFA-Release, da kann ich auch mal hier und da ein bisschen mehr hochladen. Vielleicht seid ihr dann nicht mehr so angepisst in den Kommentaren über OMG und nicht so viele Uploads. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da und viel Spaß. Bei meinem Partner Level Up gibt es aktuell die Halloween Special Edition. Am 2. Oktober ging übrigens die Halloween-Handaktion bei Level Up los. Jedes Mal, wenn ihr eine Dose kauft, bekommt ihr einen Code, mit dem ihr Preise absahnen könnt. Jeder Sticker ist ein Gewinnfreund und ihr könnt Preise von bis zu 10.000 oder insgesamt über 100.000 Euro Gewinnfreunde. Gaming-Setups, alles Mögliche. Wir arbeiten da mit unterschiedlichen Firmen zusammen. Und es ist noch eine weitere Aktion. Vom 2. bis zum 11. Oktober erhaltet ihr mit dem Code NHG2 drei Dosen zum Preis von 2. Das heißt, ihr kriegt dann auch drei Dosen und dreimal den Code. Oder so eine Box und drei Codes. Und da sind dann jeweils die drei Codes drin und ihr habt drei Gewinne. Vielen Dank, checkt es gerne ab. Checkt meinen Partner Level Up ab. Lol, Level Up ab. Diese Partner sind momentan sehr wichtig, um die Pack-Openings und die Videos hier auf diesem Kanal zu sponsoren. Kuss geht raus. Link ist in der Beschreibung drin. Wer von euch da draußen hat Bock, heute eine Kopie von FIFA 21 abzusahnen? Lol, Riso! Let's go! Halt mal deine Schnauze. Ich bin im Fahrwasser. Komm hier rein. Ich bin korrekt hier. Ich bin im richtigen Tunnel. Da bist du doch. Oh, Richarlison gezogen. He-he! Moin! Meister! Yo! 50 K in the Bank. 40 K. Ich bin 81er. Ka-ching! Ka-ching! Oh, wie schön es klingt! He-he! Oh, like it, Alter, Jungs. Die FIFA-Zeit ist einfach grandios, Mann. Walkout! Let's go! Yes, baby! Spanien! Nein! Torwart! Die Reha! Bam! 86 hat der nur. Was? Der ist nur 86. Ich go crazy, brother. Oh, ich hab mein erstes Pack mit Coins gerade geöffnet. Menü hat wieder gelegt. Und es ist sogar non-rare. Oh, der fährt rein. Lf. Oh, Dembélé! Bam, 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 bam! We're making money again! We're making money again! Buongiorno, Bozio! Digga, wie viele Packs ich keinen Walkout mehr hatte. Bro! Zieh ein Dom-Bélé! Nein! Das ist so gut, danke! Ah, scheiße! Ich gönne's dir so hardcore. Ich gönne's dir so hardcore. Und ich zieh Reus! Ich gönne's dir so! Oh, Walkout! Spanien. ZDM. Verpiss dich, du kommst! Immer noch nicht in mein Best-Off rein, du kleiner, dreckiger Sohn! Oh, Emre Can im Pack! Moin, meinst du! Nice! Oh, und Kloster, Mann! Extinct, Alter! Was ein Pack, Digga! 18k? 28k? West Modricland? West Modricland? Oh, Walkout! Oh, Mann! Keylor Navas! Du mieses Schwein, wie oft noch, Digga! Wie oft noch, Keylor, Mann! Keylor, Busquets, beide gleichen Hunde seid ihr! Guck mal, da ist das kleine Leuchten! Oh, Walkout! Kein Spanien! Digga, warum wusste ich das? Ist da einfach bitte kein Spanien, es kommt Spanien! What the fuck? What the fuck, Digga! Naja, bisher nicht, Digga! Oh, Walkout! Komm schon, kein Spanien! Was? Was? Iniesta, in Form! Der Fluch ist Pewch Gorilla, Alter! Ich bin in einem wirklichen Schmutzfahrwasser, ich will hier nicht sein! Ich will nicht sein in diesem Fahrwasser, Mann! Oh, Walkout! Kein Spanien, kein Spanien, kein Spanien! Ich hab alle Scheiß-Workouts heute durch! Ich hab alle Scheiß-Workouts heute durch, Digga! Dullen, Mike und Bene gucken auch zu die Freckels! Portugal, Ronaldo! Who the fuck? PC? PC! Jedes, der sieht ein, das sieht, wenn man das hier sieht, finde ich, sieht es aus wie 1 zu 1, dieselbe Karte wie letztes Jahr! Könnte es sein, dass du Spieler rauskriegst, die jetzt noch mehr wert sind, wenn du sie aber erst später machst, die SBC, könntest du die gleichen Spieler auch rauskriegen, aber die sind dann nicht mehr so viel wert, aber dann ist die SBC auch nicht so teuer, also es nimmt sich im Vergleich nicht viel, Digga! Hab ich geschlafen, ja, aber leider sehr schlecht, Digga, wirklich, lange nicht mehr so schlecht geschlafen wie letzte Nacht! So, ich wollte den Teasestream noch offen haben, ich wollte die noch ein bisschen beobachten, was da abgeht! Walkout, Baby! Wir beide verstehen uns, Walkout-Leitung gerade, irgendwie irgendwo, irgendwo, wir gehen rein, Hörner, das ist hier gegen die Karte! Oh, Baby, don't drip! Let's go! Oh, Baby, don't drip! Let's go! Den kannst du bestimmt nicht mal importieren in dein Premiere-Pro, oder? Oh, Walkout, In-Form-Walkout, Frankreich, England, Stürmer, Jamie Vardy! Let's go! Bam! Bam! Let's go! Poggers! Ich bin sowas von da, Baby! Ich bin sowas von da! Ich bin die Nummer 1 mit den Packs! Außer, äh, nee! Oh, schmeckt, oder? Nice, man! How much is the fish? Ich glaub euch das nicht, wenn ihr das mit Eto reinschreibt. Nur, wenn das meine Männer... Oh, Walkout! Frankreich! Torwart! Hugo Lurie! Lol, im Geschenken-Pack, im Geschenken-2-Spieler-Pack! Moin, Meister! Untrade, oder? Lul! Chat, ihr achtet bei den Teases, wer highest rated ist, ja? Wir brauchen natürlich jemanden, der das Ganze prüft! 85! Is a great start! Aber ich hab den Stream von denen natürlich offen. Da sitzen aber alles andere als die Teases gerade im Stream. 85! War kurz wichtig! Walkout, Baby! Uh! Nein! Ramus! Ja! Die meisten! Ja! Na, 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 na. Let's go, baby! Let's go, baby! Woo! Walk out. Let's go, Digga, ich dachte gerade, ist es vielleicht gerade eine Icon und Kenny Dalglicht oder so? Wow! Alter, Walter, Schotte, Digga. Bro, ich dachte gerade, habe ich es vielleicht nicht richtig gesehen. Mein Herz, Brother, Louis. Oh! Aber Edo, eh, Roberts nehme ich mit, Digga. Junge, 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 Junge. 70k, baby, let's go! Essence wird, glaube ich, mein Account auch freigeschaltet. Aber es gibt halt andere Leute, die, äh... Bail. Yeah! Let's go, Baby! Aber, Bro, ist nur 83. Egal! Aber ist gut, Digga. Ja, ist okay. 100? Boah, weiß ich nicht, Digga. Der ist 100 wert, oder? Let's go! Und vor allem nächste Woche kommt der Once to Watch. In the Mertens, you don't forget the Mertens. Walk out. Don't forget. Oh, der fährt aber rein. 85. Ah, 85. Also, ich hatte zwei 85er. Ich hatte mehr Münzen, also... Echt, egal! Oh, Robin. Frankreich! Stürmer! Ja! Ey, was hast du gedacht? Was hast du gedacht? Sag, ich schau. Vanjeda. Ah, das ist Walk out, oder? Vanjeda, Walk out. 86. Und vor. Hast du, hast du stimmt's, ja? Ja. Das wäre, ja. Martial! Oh! Ah! Martial wäre für Fresh gewesen. Der wäre 140k gewesen, Mann. Scheiße! Oh, der fährt mal wieder ins Stadium. Komm, so ein Stürmer. Reus! Habertest! Habertest! Maschallah? Extinct, glaube ich. Mindestens 100k, glaube ich. Mindestens 100k. Habertest? Let's go! Nicht Habertest. Habertest, sorry. Habertest! Habertest! 85k, freischbar bin. Bam! Der sitzt hier in der Zentrale mit seinem iPad und checkt immer direkt den Preis, Digga. Was braucht ihr? Wie so ein Typ, der Aktien checkt und kauft will, wenn sie am billigsten Preis sind. Alter, hat so zehn Monitore, wo so die Preisspanne laufen. Kaufe, 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 kaufe. Schnellenentscheidungen, Digga. Wenn es schnell gehen muss, Digga. Donny! Oh! Baby! Bist du ja was wert? Ich hab sie noch nicht einmal gesehen dieses Jahr. Back to back! Mensch, Karl, du bist echt Besucher drin im Fahrwasser. Ich bin im Fahrwasser. Du bist kackig, ist wieder geswitcht, aber Leitung ist da gerade. Das ist gut, Digga. Switch Lanes, Alter. Switch Lanes. Beide über 68 Jahren ist auch 4K, ne? Walkout! Icon, komm schon! Ach, Mann! Egal, 87. 87. Aber, Mann, dafür hab ich so lang gewartet, Digga. Wie viel ist denn jetzt, Digga? Dafür hab ich so lang gewartet. Walkout jetzt aber! Komm, Baby! Komm, Baby! Komm, Baby! Komm! Hey, ey, hast du Lack gesoffen? Jetzt gönne ich dir keine Icon mehr. Drück dir meinen Walkout weg. Hä? Jetzt gönne ich dir keine Icon mehr. Wer den Walkout nicht wehrt, ehrt, ist die Icon nicht wert, Digga. Digga, hält's Maul, Digga. Das sagt ein altes FIFA-Sprüche und ein Walkout wird nicht weggedrückt. Ach so! Und Busk jetzt ist Kades, oder wie? Busk jetzt ist kein Walkout. Firma! Fonny! Fonny! Yeah! Favasa! 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 Bäm! Gib mal das Wasser wieder zurück, Digga, wie so Klaus einfach. Digga, pack der mir das einfach ab. Ich war so drinnen und er klaut's einfach. Man, Digga, jetzt muss ich echt über 3 Millionen für Eto bezahlen. Das tut schon weh. Ich wollte das nicht tun. Hast du auf ihn gerufen? Ja. Ich wollte es nicht tun, Digga. Ich wollte nicht zu viel bezahlen für den, Digga. Digga, ist schon heftiger Preis. Ja, aber ich hätte ihn für 2,9 holen können auch. Nee, die 100k machen jetzt den... Machen sie jetzt auch nicht fett. Ja, also... Lahm neue Icon, ja, aber so gut ist sie jetzt auch nicht, weißt du? Ja, der ist sowieso ein Kante. Ja. Oh, Shit! Ich wollte ihn gar nicht haben, Digga! Herzlichen Glückwunsch! Ich wollte nicht den Preis bezahlen, Marsch! Herzlichen Glückwunsch! Drei Mille, Digga! Ich hätte ihn gestern für 2,9 haben können! Drei Mille! Ich stehe mir vor, der Typ hatte nur 3 Millionen 51. Hahaha! Hahahaha! Drei Mille! 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 Drei Mille!